Musik Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in meiner Küche. Wir werden heute einen sehr erfrischenden Melonensalat machen. Aus Wassermelonen. Ideal bei heißeren Temperaturen. Also, wir legen los. Bevor wir mit dem Kochen loslegen, eine kleine Ankündigung. Nächste Woche Mittwoch werde ich in den Urlaub fahren. Schaut am besten nochmal in die Infobox. Dort habe ich euch vermerkt, wann denn die Videos wie laufen. Wenn ich Urlaub habe, klickt euch unbedingt rein. Und es sind auf jeden Fall ein paar Videos weniger. Aber ich denke, in der Urlaubszeit könnte das verschmerzen. Und jetzt legen wir aber los. Damit wir den Melonsalat auch zubereiten können, brauchen wir auf jeden Fall Wassermelonen. Und Blaubeeren. Schalotten. Etwas Limone. Zwei verschiedene Öle. Ein Olivenöl mit Zitrone. Und ein Walnussöl. Petersilie. Angewürzend benötigen wir auf jeden Fall Thymian. Kräutersalz und Chili. Und etwas Ahornsirum. Und jetzt legen wir los. Musik Und jetzt legen wir los. Musik 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 Ich finde so einen Millonsalat erfrischt sehr, sehr von innen und ist genau das Richtige für den Hochsommer. Probiert es unbedingt auch mal aus. Viele Varianten sind möglich. Und wir sehen uns auf jeden Fall morgen wieder zum My Day Friday. Ich freue mich auf euch und bis morgen. Tschüss!